So liebe Leute, weiter geht es heute mit unserer Great Karriere und wir machen heute weiter mit CircuitLenger in BMW M1 Turbo Group 5. So heißt das gute Stück und beziehungsweise das gute Rennen. Es sind drei Rennen, die uns jetzt heute bevorstehen. Ich weiß noch nicht, ob ich heute komplett alles durchkriege. Es sind sieben Dinger und es sind ein, zwei, vierer mit dabei. Also müssen wir mal gucken, wie ich Bock drauf habe. Los geht es auf jeden Fall mit dem ersten Event. So, anfangen macht Suzuka mit dem East-Kurs. 2,24 Kilometer, die uns heute anstehen. Tim Kote steht zumindest mal auf drei. Er hat ja das letzte Rennen gewonnen. Ich habe ihn ja bewusst dann noch vorbeigelassen. Nachdem er, das machst du schon, passt so und dann hat es gereicht für ihn. Für Platz 2 in der Konstruktion, äh, in der, äh, bei den Teams und ich weiß nicht, wo wir momentan stehen, auch irgendwo ziemlich hinten. Hier sind wir nun mit der ersten Runde. Kristen, was denkst du? Es ist das Eröffnungsrennen und ich glaube, wir werden sehen, wer hier ist, um die Konkurrenz kennenzulernen und wer von Anfang an dominieren will. Danke, Kristen. Es dauert nicht mehr lange und das Eröffnungsrennen kann losgehen. Bleiben Sie dran. Jo, let's go. 14. Standardposition, wenn wir mal im Start. Und heute auch noch mal, das soll jetzt ein bisschen mehr kommen, dann haben wir zum Beispiel vorbeigekommen. Der Erste noch mal verkastet. Und ich versuche in der ersten Kurve vielleicht ein bisschen mehr als das Gericht. Ja, das finde ich schon wieder gut an. Der Erste, der rauszieht, den Weg halt. Aber diesmal ist es nicht so tragisch. Den habe ich zum Beispiel mal kassiert, den Jungen. Das ist jetzt auch ein bisschen klarkommen auf die Strecke erst mal. Ich habe verstanden. Ehe Anweisung zu angreifen. Die Erste ist jetzt nicht besonders einfach. Im Moment ist angreifen nicht möglich. Oh, das ist ja schon die Erste Runde, die er entzündet ist. Zweite Runde. Du hältst gut mit. Sorry, das war karakteristisch. Wieder lieber auf Abstand. Lass dich nicht aus dem Rennen werfen. Ich stehe mal mit hier, den Kollegen. Ja, das war jetzt ein bisschen mehr oder weniger dagegen. Ich wollte jetzt erst mal nach vorne drücken. Das ist die Erste Runde. Mach Druck. Das eine war jetzt gleich ein bisschen mehr, da hat sich das ich da inzwischen gegangen bin. Hauptsache, wir reden das Rennen. So, ich gebe mal die Angelegenheit, um gerade zu greifen. Okay, ich gebe es weiter. Das ist ja ein bisschen Absicht. Angreifen scheint gerade nicht möglich zu sein. So, Suzuka geht schon mal. An unser Team mit Platz 1 und 2. So, ja, 1 und 2. Okay, 5 Sekunden waren Abstand. Passt auf jeden Fall erstmal. So, Rennen Nummer 2, Indianapolis, 3,9 Kilometer, ebenfalls drei Runden. Und da starten wir auf meinem Platz 3. Man hat zumindest ein bisschen vorne mit dabei. So, und dann habe ich, dass der Teamkollege in der Nähe steht. Der steht auf 6. Okay, das könnte funktionieren. Wir müssen mal gucken, ob ich den irgendwie mit nach vorne gezogen bekomme. Die haben wir jetzt schon mal gestartet. Da hat man keine Chance. Der andere zieht ein bisschen rein in die Lücke. Ah, das hat er gebraucht, wenn er sich da vorhatte. Ich hatte schon ein bisschen Außens zu tragen. Und dann vielleicht ein bisschen wegzudrücken. Aber auch. Na gut, egal. Hat gewalt. Da muss der gute Cody heute wohl alleine ran. Hier können wir uns schon mal ein gutes Stück absetzen. Verstanden. Angreifen. Ich gebe es weiter. Wie geht es doch mal, Kollege? Angreifen scheint gerade nicht möglich zu sein. So, wir gehen jetzt in Runde 2. Guter Start. Bleib an der Spitze. Und das einfach nur nach nur allen Rennen. Hier hat sich jetzt ein bisschen was geholt. Was 5, 5, 5, 6. 5, 6. Vielleicht haben wir drückter Sagen. Da haben wir gerade eine Kette mit Wund. Okay, angreifen. Ich versuche es weiter zu ziehen. Jetzt wird schon ein bisschen zurück. Okay, angreifen bestätigt. Ich hoffe, dass er jetzt auch mal einen Schritt nach vorne zieht. So. Letzte Runde. Letzte Runde. Verteidige deine Führung. Oh, das hat er diesmal gekriegt, dass ich mich da verbrennt habe. Ich soll keinen Gerutsch nach kürzen. Sondern ein, ähm, ein leichter Verbremser. Da habe ich ja die Kunde nicht mehr bekommen, weil ich so schnell. Verstanden. Gebe Anweisung zum Angreifen. Im Moment ist Angreifen nicht möglich. Na, das wird dieses Rennen nur nicht viel werden. So, wir gehen jetzt in die letzte Kurve. Okay, angreifen. Ich gebe es weiter. Ja, mich hat aber auch den Mut, keine Meinung, als E-Audio ist zu Kastchen. Okay, es wird angegriffen. So, wir sind jetzt noch das Rennen gewonnen. Diesmal konnte ich ihm leider nicht helfen. Und er reicht nur Platz 6. Also er hat gar keine Chance, irgendwie mal in die Richtung anzukommen. Na gut, dann gehen wir jetzt rein in das nächste und zweite Rennen. Äh, dritte Rennen, Entschuldigung. So. So. Gut, dann geht es jetzt weiter in unser letztes Rennen. Das auch für heute. So, geht jetzt sofort los. So, und wir starten vom Platz 9 und da riecht man den Platz 1, das ist sehr, sehr gut. Und wir versuchen, wir müssen also nicht so nach vorne verarbeiten. Wir sind in Malaysia. Du hast dieses Auto einmal zu oft gerannt. Hey, bleib lieber auf Abstand, damit sich die Lage wieder beruhigt. Angreifen scheint gerade nicht möglich zu sein. Scheiße, 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 gut, dass das kein Wien ist. Kein Kiesbettel ist auf 12 Uhr, ist immer zurückgefallen. Aber wir haben das erreicht, was ich wollte. Wir stehen auf 1, 2 und für unser Team... Okay, angreifen. Ich gebe es weiter. Ich gebe ihm. Okay, angreifen bestätigt. Ich gebe ihm jetzt mal die andere Hand zu greifen, in dem Fall, dass er sich auch vor allem ein bisschen absetzen kann vom Rest. Ich gebe ihm jetzt mal die Hand zu greifen, in dem Fall, dass er sich auch vor allem ein bisschen absetzen kann vom Rest. Okay, das wird ja eine etwas längere Strecke, äh, etwas längere Fahrt. Wir gehen jetzt in Runde 2. Tolle erste Runde. Du bist in Führung. Und das mal, das hier ist jetzt Kiesbett. Da habe ich massig Zeit verloren außen. Ich habe Anweisungen gegeben, um eine höhere Position zu kämpfen. Da wieder der Gleichgewicht. Im Moment ist Angreifen nicht möglich. Verstanden. Angreifen. Ich gebe es weiter. Okay, es wird angegriffen. So, wir sind ein bisschen Simmerina weg. Ah, das ist schlecht. Und jetzt gehen wir in die letzte Runde für heute. Bleib in Führung. Letzte Runde. Er schießt komplett auf der Bremse und trotzdem muss er raus. Mach ich das Ding hier nicht unter Dachen fahren. Ah, wir kommen an, da ist ganz directorin. Da wird also halt nicht mehr so viele Fehler passieren. Okay, angreifen. Ich versuch's weiterzugeben. Angreifen scheint gerade nicht möglich zu sein. Ich versuch's wieder nicht wegzukommen. Na ja, ich versuch's wieder ein bisschen... Ist sogar ein bisschen komfortabler jetzt. So, wir gehen jetzt Richtung der Kurven. Einen haben wir jetzt noch, dann gibt's jetzt... Okay, dann sind wir durch. Platz 1 da noch geholt. Ich brich einen Doppelsieg. Fürs Team. Das ist um... Für uns. So. So. Und wir haben's geschafft. 1 und 2. Das ist erstmal... das erstmal... das ist das Wichtigste. Hat er gut gemacht. Dankeschön. So, dann sind wir durch für heute. Wir sehen uns morgen wieder um 14 Uhr. Und dann geht's weiter mit der City Legend. Bis dahin. Tschüss. Ich bin...